Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin heute schon sehr freig. Ich bin in Brücken. Ich bin in Brücken. Ich bin in Brücken. Ich bin in der Nacht hier. Wir sind gerade in Bayern. Die Mann ist kraftig gekommen. Frauen können das auch laufen. Direkt mal zu der Bundesbahn. Oder hier im Sonycenter. Oder mit Schittes Benz. Wir können jetzt nur mal gucken, machen wir Urlaub hier am Strand. Sie sehen mal downtown. Wunderbarer Strand. Alle Leute in Liegestübe sitzen da. Nichts Arbeit. Faulenzen. Nehmen wir nun zu schöne Angela Meckel. Sie hat hier ein kleines Haus gebaut. Eigentlich vom Vorgänger. Herr Schröder. Da drüben haben wir eine wunderbare Brücke. Das ist die Moltke Brücke. Gleich kommt auch ein Schiff. Unter der Brücke natürlich. Es liegt auch in Deutschland. Schiffe fahren auf der Brücke. Und hier. Das ist eine andere Geschichte. Das ist die Moltke Brücke. Meine Damen und Herren. Sehen Sie. Da sind wir gerade hergefahren. Weil sie büffeln nicht. Gucken hier. Schauen Menschen, die nichts arbeiten. Aufbooten Menschen, die nur gucken, auch nichts arbeiten. Aber gut. Die Konsumierung. Ganz wichtig. Gehen wir nun weiter. In Richtung Sonne. Hier kommt der große Banner. Der größte Banner Deutschlands. Wett auch nicht. Aber ist groß. Da kann man nichts gucken. Am meisten Züge fahren unter der Erde. Da sind die Banner Deutschlands-Arche. Wo ist die Hamburger jeune. W勇端. Da sind die Banner Deutschlands. Da sind die Banner Deutschlands. Die Banner Deutschlands-Arche glove. Der Banner Deutschlands-Arche. Nimm das Banner Deutschlands-Arche. Da sind sie hier. Alles klar. �achen. Ja. So, hier kommt ein Auto, natürlich ein Mercedes-Benz, da fahre ein Schiff, können wir gucken, ob es fahren wir rückwärts, nein, nicht fahren wir rückwärts, machen Turveen. So, das war Anfang, da haben wir Doppel und das ist Deutschland, in diesem Sinne, meine lieben und sehr verehrten Damen und Herren, machen wir mal Schluss mit Deutschland, heute war nichts Gutes hier da, alle Angst haben vor Terroristen, okay, ciao.